Bezogen auf die Stats konnten wir in der Close sowohl als auch Open Beta von The Division die besten Waffen bisher rein von den Händlern beziehen. In der aktuellen Beta ist das vor allem die Liberator Assault Rifle, die ich mir jetzt für ominöse 7000 Dark Song Credits gegönnt habe und die eine Legendary, also eine gelbe Seltenheitsstufe besitzt und aktuell in der Open Beta sozusagen die beste Assault Rifle ist. Ähnlich war das ja auch schon in der Close Beta, wo man sich ebenfalls beim Safe House Händler, der sich in der Dark Song befindet, entsprechende Legendary Weapons kaufen kann. Im Rahmen der Beta sind lilane und auch dann gelbe Drops momentan noch nicht möglich. Das heißt, die größte Seltenheitsstufe, die wir bei NPCs finden können, ist momentan im Rahmen der Beta die blaue Stufe. Und da wir jetzt in den Beta sozusagen eingeführt wurden in die ganze Systematik, stellt sich momentan natürlich die Frage, ob im fertigen Spiel ebenfalls die Händler die besten Waffen im Spiel haben werden und wir sie sozusagen mit den PvP Dark Song Credits erwerben müssen. Von Entwicklerseite aus wurde bisher nur erwähnt, dass wohl im Rahmen der Dark Zone, also der PvP Area, man dort die beste Ausrüstung und in diesem Sinne natürlich auch die besten Waffen bekommen kann. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob dieses Bekommen sich darauf bezieht, dass man schlussendlich im fertigen Spiel dann natürlich auch entsprechende seltene gute Waffen bei NPCs finden kann im Rahmen von Random Loot oder man dieses Bekommen auf die Händler bezieht und man dazu entsprechende Dark Zone Credits in der Dark Zone sammeln muss, um sich schlussendlich sein Loot zusammen zu kaufen. Dieses System würde ja ein Stück weit dem System in World of Warcraft ähneln, wo es sogenannte PvP-Sets gibt. Das heißt, man ist in der PvP-Zone, kriegt dort für Aktionen, die man startet, entweder entsprechende Modis, die man dort spielt oder Kills, die man macht, sogenannte PvP-Punkte, mit denen man dann wiederum bei speziellen Händlern extra für das PvP, also Player vs. Player Segment, Ausrüstung kaufen kann, die dann zum Beispiel entsprechend mehr Schaden gegen Spieler macht. Sowas ist bei The Division ja momentan nicht am Start und eigentlich auch nicht geplant. Doch jetzt stellt sich natürlich zum aktuellen Zeitpunkt in der Beta die Frage, ob im fertigen Spiel diese Händler eine ähnliche, wichtige Rolle spielen werden, wie es momentan in der Beta ist. Denn der Spielumfang ist ja sehr begrenzt und schlussendlich sind alle Spieler, die länger in der Beta am Start sind, darauf bedacht, einfach diese Legendary Weapons sich noch zu holen, weil es mehr oder weniger die größte Herausforderung ist, die man im Rahmen der Beta abschließen kann. Ich persönlich hoffe natürlich, dass diese Händler mehr oder weniger nur Übergänge sind. Denn neben dem Legendary Safe House Händler, den wir in der Beta kennenlernen durften, gibt es ja auch an den entsprechenden Eingängen diverse Händler, die immer wieder im neuen Abstand besseres Loot anbieten können, als das, was man grundsätzlich als Drop aktuell in der Dark Zone findet. Das trifft natürlich nicht auf alles zu. So habe ich zum Beispiel mitbekommen, dass es ein spezielles Magazin gibt, das in der Dark Zone, in der Beta droppt und sehr gute Stats hat und so gut wie kein Magazin, das man jetzt beim Händler kaufen kann, damit großartig mithalten kann. Trotzdem gibt es eben auch lilane Objekte, die man bisher nur bei den Händlern kaufen kann. Aber ich denke, dass das einfach eine Reglementierung in der aktuellen Beta-Phase ist. Ich hoffe, dass schlussendlich die Händler vielleicht nur dazu da sind, um diverse Level-Spannen oder einfach Ausrüstungsdefizite zu überbrücken. Soll heißen, dass man, wenn man vielleicht kein großes Glück hat, im Rahmen von PvE-Aktionen oder auch im Rahmen der Dark Zone bei NPCs gutes Loot zu finden, dass man einfach bei diesen Händlern mit gesammelten Dark Zone Credits, sei es durch Player-Kills oder auch durch Kisten, die man öffnet, einfach diesen Ausrüstungs-Gap, diese Ausrüstungsspanne, die man überbrücken möchte, ein bisschen kompensieren kann. Indem man beim Händler einfach da durch die Dark Zone Credits Sachen kaufen kann, die einfach den momentanen Ausrüstungsstand für einen selber verbessern. Schlussendlich die beste Ausrüstung aber immer noch im Rahmen von Random-Drops bei NPCs, sei es jetzt im PvE oder in der Dark Zone, einfach dort die besten Sachen droppen können. Und natürlich stellt sich auch die Frage, ob schlussendlich in den PvE-Zonen und ich denke dabei auch an erwähnte Raids, die eventuell schlussendlich kommen werden, man dort auch gleichwertiges Gear, gleichwertige Ausrüstung und Waffen finden kann, die wohl mit den, in Anführungsstrichen, besten Sachen, die man scheinbar in der PvP, also in der Dark Zone finden kann, einfach da auch mithalten können. Das wäre natürlich eine gute Sache, um einfach den PvE-Own, die Leuten oder die überwiegend PvE-Spielen, einfach auch eine gute Chance bieten, da mitzuhalten und einfach auch langfristig eine Motivation zu haben. Und jetzt würde mich natürlich von eurer Seite aus interessieren, was ihr von der ganzen Thematik haltet. Seid ihr immer noch in der Open Beta unterwegs? Habt ihr denn schon die Legendary Waffen abgefarmt? Und wie würdet ihr euch das System wünschen? Schreibt eure Meinung dazu doch einfach mal unten in die Kommentare. Und wenn ihr schlussendlich keine Videos zu The Division verpassen wollt, dann haut auf jeden Fall euer Abo hier auf meinem Kanal rein, damit ihr diese nicht verpasst. In diesem Sinne kann ich nur noch sagen, behalte euer Ziel immer am Auge. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Lost.